hey hey ho wir sind zurück aus der sommerpause und dürfen euch direkt mit einem sahnestück mit einem wirklichen kracher begrüßen einer doppelhaushälfte hier im schönen köngernheim in einer spielstraße hinten raus habt ihr eine feldrandlage mega gut wirklich ja und nach der sommerpause wollen wir euch auch gar nicht viel zu müllen von daher max gibt gas nehmen sie mit rein viel spaß euch bis gleich na haben wir euch zu viel versprochen wir denken doch nicht ihr habt neben dem carport eine garage und einen außen stellplatz wenn ihr rein kommt das objekt ist top gepflegt ihr könnt direkt einziehen ist eine klimaanlage mit installiert worden wir haben ihren traumhaften wintergarten wenn ihr seht wie das eingerichtet ist ein pflegeleichter garten hinten raus feldrandlage wasserspiel alles was das herz begehrt wenn ihr dazu weitere fragen habt interesse dann fragt bei uns an die wnf wohnfinanz der etwas andere makler wir freuen uns über euer feedback und wir begeistern unsere kunden von daher macht's gut ciao bei bei bis zum nächsten info friday nicht nur das objekt muss dir gefallen sondern auch finanzierung ist oftmals der entscheidende faktor hol dir also jetzt schnell und zuverlässig dein individuelles angebot und zuverlässigen Vielen Dank.